Schön, ganz ruhig. Oh, du Scheiße. Das gibt's doch nicht, Mann ey. Ist alles okay? Ja. Okay, oh Gott. Alles gut. Oh Mann ey. Hi, heute ist Freitag, der 19. Mai. Wir sind wieder an der Karlspitze im Kaisergebirge. Das ist unser zweiter Anlauf jetzt. Sieht ein bisschen besser aus als beim letzten Mal. Keine gefrorenen Eisstellen, kein Schnee drin. Vielleicht im Ausstieg. Wir werden sehen. Oh, du Scheiße. Sehr schön. Wir sind im wunderschönen, widerlichen Direkteinstieg. Komplett nass. 5 A1, angeblich 7. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ekelhaft. Allee. Ich hab dich, ich hab dich. Fuck. Kam was raus oder deine Hand? Was? Also Stein. Achso. Juhu, es funktioniert wieder. Jetzt hat sich gerade angefühlt wie die Krux, aber bestimmt kommt die trotzdem noch. Ganz schön schwäckig. Ja, ja. Da ist es wieder ein Klemmer. Aber so kann man nie gehen. Wenn ich klemmt, kann man rausgehen. Ja. Okay. So. Krass ey, was ein Ritz. Du musst die ganze Zeit klemmen. Du klemmst einfach nur von unten bis oben durch. Und jetzt Seilinge 4. Eine wunderschöne 5 Plus. Genuss pur, denke ich. Noch ein schöner Nasser Kamin zum Abschluss. Die letzte Seilinge. Ein richtig schön zugeschneiter, garstiger, nasser Dreierkamin. Schöne Ausstiegslänge von der Kahlspitze. Komm, Göttner. Hör auf, zieh mich hoch hier. Ein Traum. Am Meer, am Meer Gipfel Panorama. Schönen. 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 Klassisch. Kamin. 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 Kamin.